Er war da. Bleibt er schon hängen, ja. Oh! Stopp! Als er das Tor angefahren ist, haben wir die Oberkörperstellung gesehen. Er wusste, er muss eigentlich noch drei Meter hinterher fahren. Und musste er so reinliegen, dass er auf dem Aussenschein eigentlich keinen Druck mehr hatte. Und das ist natürlich dann ein Ärgernis, oder? Ja, er kommt dann nicht mehr aufzustehen. Und...